Der Kleiber ist der einzige heimische Vogel, der auch kopfüber den Baum hinabklettern kann. Doch das ist nicht das einzige Spannende über den schönen Vogel mit dem schwarzen Augenstreif. Und damit herzlich willkommen zu einem Vogel eine Minute. Los geht's! Der kompakte Kleiber hat eine orangene Unterseite und eine blaugraue Oberseite. Er verfügt über eine weißliche Kehle und einen schwarzen, auffälligen Augenstreif. Den flinken Kletterer kann man am besten in Laub- und auch Mischwäldern beobachten. Er ist dabei auch an Parks, heimischen Gärten und auch auf Friedhöfen anzutreffen. Gerade alte Laubbäume mit natürlichen Baumhöhlen ziehen ihn magisch an, denn dort können sie sehr gut brüten. Anders als andere Höhlenbrüter verkleiden sie ihren Höhleneingang mit Lehm, sodass unerwünschte Gäste nicht eindringen können. Die ganzjährig anwesenden Vögel ernähren sich im Sommerhalbjahr überwiegend tierisch. Im Herbst und im Winter bevorzugen sie Körner, Sämereien und Nüsse. Dann sind sie auch häufig an der Futterstelle zu beobachten, wo sie sich größere Brocken nehmen und diese dann in umliegenden Bäumen zerkleinern und verspeisen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Das nächste Mal erfahren Sie mehr über den Stieglitz.